So, jetzt noch abdecken. Ich hoffe, Barbie freut sich über meine Überraschung. Papa, Papa! Ken, wo bist du denn? In der Küche. Hat Papa etwa gekocht? Hoffentlich. Ich habe Hunger. Hm? Papa? Was ist das denn? Überraschung! Tada! Gefällt euch unsere neue Küche? Ja, Papa. Die ist wirklich schön. Ich koche uns gleich was Leckeres. Freut mich, dass sie dir gefällt. Na dann, viel Spaß mit deiner neuen Küche. Ein Herd mit Zerankochfeld. Eine Fritteuse. Damit kann ich Pommes machen. Aha! Und hiermit kann ich Sandwiches machen. Mama, lass uns einen Salat machen. Warte, mein Schatz. Erst will ich Suppe machen. Ich mag im Salat Brokkoli. Prima, Elfi. Prima, Elfi. Prima, Elfi. Prima, Elfi. Prima, Elfi. Ich möchte Tomaten im Salat. Mama, machst du bitte auch Pommes? Prima, Elfi. Klar. Lass uns auch einen Kuchen backen. Ich muss mich aber erst um die Pommes kümmern. Prima, Elfi. Die Suppe müsste auch werden. Ich mache einen Karottenkuchen. Ich mache einen Karottenkuchen. Ich mache einen Karottenkuchen. Fertig. Ich mache einen Karottenkuchen. Ich mache einen Karottenkuchen. Das Essen ist fertig. 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 Das finde ich auch Wie gut das riecht Ich glaube, Barbie hat einen Kuchen gebacken